Guten Morgen, Morgan! Heute ist Montag, der 15. März 2032. Sie haben um 9 Uhr einen Termin in Alex-Beru. Für diesen Termin ist keine Dauer vorgesehen. Um 15 Uhr haben Sie einen Termin im Transster-Konferenzraum A, um Forschungs- und Entwicklungspläne abzusegnen. Bitte bestätigen Sie zuvor Ihre Anwesenheit. Guten Morgen, Morgan! Heute ist Montag, der 15. März 2032. Sie haben um 9 Uhr einen Termin in Alex-Beru. Für diesen Termin ist keine Dauer vorgesehen. Guten Morgen, Morgan! Heute ist Montag, der 15. März 2032. Meine Damen und Herren, Sie haben um 9 Uhr einen Termin in Alex-Beru. Guten Morgen, Morgan! Sieht aus, als hätten wir ein paar Tests zu erledigen. Guten Morgen, Morgan! Dir wird nicht gefallen, was ich dir zu sagen habe.